das ist lorans echte form eines stadt des todes they put up ah ja sie haben sie haben ein trugbild geschaffen um um die leute zu veräppeln und ja einreise zu fressen lassen sie verschwinden machen wir mal kleiner so die frage ist jetzt bloß so tot und wir müssen was ich euch schon mal sagen kann wir müssen richtig doll aufpassen was diese was diese dämlichen ich überlege ob wir da runterspringen ach danke penner leck mich alter fängt gut an ok ich gehe das ist was meinte ihr wisst ihr sowas von verfickt vorsichtig sein wo ist musiker zweimal rein wow rex ja steckst du dir in den arsch das sind die gute gegner weil die können sich nicht wehren das sind die weiber die weiber schmeißen ihren kopf nach euch alter geht gar nicht missgeburten alter bleib mal auf der stelle spielen du kasper ach komm schon fickt dich fickt dich einfach du fotze alter was für drecks gegner ich weiß gar nicht mehr letzt mal diese dämliche waffe überhaupt geholt habe nehm ich nicht mit die alte also ich weiß wo wir land müssen ach alter leck mich doch alter das sieht schon wieder scheiße aus hier das sieht schon wieder richtig scheiße aus also wir brauchen wenigstens ein level alter ansonsten läuft gar nichts ok ok zwei eingänge ah man fickvieh und wir sind hier glaube ich gar nicht mal so unrichtig ich will jetzt erstmal gucken wie lange ich noch brauche bis ich ein level kriege alter schwede keine 300 mehr ja wer weiß das kann auch ein langer weg werden ne so wir müssen ach ach leck mich alter warum hab ich denn hier jetzt in den aufnahmen immer so ne scheiß unglück da gehts wieder raus ok hier gibt es nur ein kristall in dem scheiß haus aber gut das ist mir eigentlich vollkommen egal wir müssen halt mit dem was wir kriegen können und uns versuchen gegen diese ganzen fick monster hier durchzusetzen alter ich bin schon wieder im arsch also wenn ich nicht immer alles treffen würde ach bitte lieber gott lass mich das alles schaffen die alter fasst diese vier ja nicht an fasst sie nicht an nicht momentan so wir schieben uns mal so ein bisschen durch ach ich glaub's nicht ach danke ja alter da sind die dinger schon alle also ich bin mir gar nicht mehr sicher ob wir das hier schaffen das level und ich weiß auch nicht ob wir noch ein boss kommt das ist noch viel schlimmer das wird das ganze noch ein bisschen härter machen ach weg nein oh nein oh nein die tische verfickte tische oh gott verfickte scheiße verfickte du huren alter ihr seid alles huren söhne alter schwede oh 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 das kann doch alles nicht die Wahrheit sein Schritte oh 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 nee Alter, ey. Oh. Was ist hier los? Hier geht gar nichts, oder was? Irgendwie nicht. Okay, Alter, jetzt fick ich dir den Ring um die Ohren. Item, wo ist die Item-Door? Armor Center. Achso, ich bin ja schon... So, ich... Nur weil ich zwei von euch mal töten möchte, ihr Bastarde. Alter, mit dem Bone-Dings, Alter, da bin ich dann auch... Dann habe ich die... Da bin ich dann richtig, äh... Ich hoffe immer noch, ich mache nichts falsch, aber ich glaube nicht. Man vergisst ja mal gerne mal die Reihenfolgen von den Dingen, die man so macht, aber ich glaube... Jawohl. Das war das erste wichtige Item, was wir hier kriegen. Hatte ich noch einen Pyro-Ring? Pyro-Ring? Ne, wir sollten uns aber noch mal ein paar Ringe holen. Definitiv. Ähm. Weil... Ja, braucht man hier irgendwie... Also... Geht ja teilweise gar nicht, ne? Ja, tschüss. Oh, dieser... Alter, und man sieht die so schlecht. Ich weiß... Zu 100% wo diese Fuck-Viecher sind, aber ich werde trotzdem immer wieder getroffen. So, und jetzt mal ein bisschen... Auch mal ein bisschen viel auf die Schnauze für die Gegner, nicht immer nur für mich. Also, ich glaube, wir waren hier zu früh, aber ich glaube, in diesem... Wo... Wo Mages... Mages steht... Äh... Da... Oh... Ich hasse euch, ey. Ich hasse euch. Alter. Nein, danke. Ah! So, und ich hole mir jetzt erstmal mein... Mein Item da gleich zurück. Hier gab's, glaube ich, sowieso nichts. Ne, natürlich. Ein paar Gegner gibt's. Ähm... Ging's hier weiter? Also, wir müssen irgendwie... Ich hole mir jetzt erstmal meine Wurzel kurz. Wir müssen... Alter, gib mir noch mal eine Pause, alter. Ah! Ach. Kann man hier eigentlich immer wieder pennen? Das ist jetzt auch mal eine interessante Frage. Natürlich nicht. Nicht gut. So, das hat mich jetzt nämlich interessiert, wo man hierher kommt. Oh, jetzt nimmt der... Der hätte er mit ihm schon wieder treffen können, fast. Leck mich. Oh, wei. Ach so, das ist der einzige Weg, den wir nehmen können, um zu ihr zu kommen. Das ist nur die doofe... Holy Seal. Ähm... Also, ich weiß, dass wir dieses Holy Seal... Oh, ich... Ey, das kann nicht wahr sein. Äh, das wird dieses Holy Seal... Alter, und ich bin so am Arsch. Und natürlich fickt mich noch ein Tisch wieder. Oh, wie ich diese Stage hasse. Alter, ich hasse diese Stage richtig, glaub mal. Ähm... Gut, schauen wir uns das hier kurz an. Ich weiß es gerade echt nicht mehr. Ah! Okay, das ist der zweite wichtige Punkt, den wir brauchen. Check! Das ist mein Dienstschal. Ich habe... War da nicht dieser Hund, bla bla bla, ja okay, also... Ähm... Er hat mich gerade an Turbo erinnert, genau, und den müssen wir mit dem Ding finden. Ähm, und das ist das zweite Gegenstand, ich habe eben gesagt, einen haben wir schon, der eine Gegenstand, den wir schon haben, den wir brauchen, ist dieses dämliche Horn. Weil dieses Traumhorn, denn... Mit dem Traumhorn, weil ich jetzt hier eben schon drin... Äh, ist auch nichts aus an Zombie, aber die nehmen wir auch noch mit. Der steht so günstig. Ähm... Äh... Die uns ja normalerweise immer Probleme machen. Oh, ich habe dich im Hotel getroffen. Sie sagt, diese Stadt... Sie sagt, diese Stadt... Was ist mit ihr geschehen? Ich bin... Ich bin so weit gereist. Äh... Um diesen... Diese Stadt zu erreichen, aber das habe ich niemals erwartet. Wenn ich... Wenn ich hier... Hier jemals wieder lebend rauskomme, dann schreibe ich ein Buch drüber. Mach das mal. Du wirst über lebend rauskommen. Ich will... Das brauche ich jetzt noch nicht mal spoilern, Leute, oder? Das... Das ist... Oh, leck mich doch! Alter! Oh, ich dachte, wie ich diese ganze verfickte Dreckstadt hasse. Ich würde so gerne... Ich habe mir... Also, ich habe schon echt... Das reicht nicht für ein verficktes Rage-Video, aber ich könnte... Ich könnte... Ich schwöre, ich könnte hier losbrüllen, Alter. Undauernd. So. Gut, das ist mir jetzt zu knapp. Da gehen wir durch. Wir haben irgendwann auch mal wieder Gegner, die ein bisschen weniger Schaden bei uns machen. Verpiss dich, du blöde Fotze. Sieht so scheiße aus mit ihren dämlichen Pferdezöpfen da. Light Rod! Oh, die hätten wir schon ein bisschen länger gebrauchen können, ey. Oh, die hätten wir richtig viel besser früher gebrauchen können. Die ist zwar schwächer... Äh, wir können dann wieder umsatteln. Äh, aber die ist effektiv gegen diese Bastarde. Die uns ziemlich an Karren pissen hier. Wie man sieht. So. Jetzt stellt sich nur die Frage, wo finden wir ihren dämlichen Hund? Aber ich habe so eine Idee. Ah. Ach, ne. Ich. Ich hätte gerne noch einen, so eine scheiß verfickte... So einen, so ein scheiß Level hätte ich gerne noch. Ey, warum werde ich von diesen Bastarden andauernd getroffen? Wie lange muss ich noch, bis ich eine scheiß Stage kriege? Boah, Alter, richtig viel, ey. Ja, man, wie ihr seht, man stuft hier unglaublich schnell auf in dem Spiel. Und diese verfickten Gegner, die sind voll stark, aber die geben irgendwie anscheinend nichts. Auch hier und da müssen wir hinterher. Wo diese lustige Zombie-Nässe eben gerade langgegangen sind. Alter, das muss reichen. Die Dinger, die wir haben, plus den Bohnen-Zauber. Und ich werde diese Tische gehen ab, ne? Jo. Bastarde. Naja, wesentlich mal ein paar Tische, von denen ich, äh, ausweichen konnte. Ja, und die können uns jetzt zum Beispiel gar nicht. Und das Problem wäre gewesen, hätten wir dieses Horn nicht, hätten die uns gepackt und wir wären wieder am Anfang der Stadt gewesen. Und das wäre richtig scheiße. Nein, 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 nein. Ja, diese Gegner sind, wenn du in ihnen drin stehst und dir eine Trittserie machen kannst, du nicht mehr ausweichen. Ist das nicht geil? Und ich habe noch sechs Kleinen. Leute, ich, ich glaube, eins der nä... Also... Oh, nein! Oh, du kleiner Bastard, ich hasse dich! Eines der nächsten Stages, also, level ich auf. Komm mal, was da wolle. Ich bin echt... Warum treffen diese Bastarde mich denn die ganze Zeit? Ich verstehe das nicht. Oh! Alles und jeder trifft einen hier. Geld. Kann ich gerade auch nicht gebrochen. Oh, ich... Gut, hier war nur eine Sackgasse. Ja, das ist ja nicht...